Also ein C mit OBS verträgt sich bei mir nicht, weil es crasht immer. Ich bin jetzt schon so weit, dass ich Gitarre 3 fragen werde. Naja, aber ähm... Aber Gitarre 3 ist krass, oder? Ja, keine Ahnung, aber ich habe irgendwie ein bisschen Angst davor, dass ich irgendwie so eine Rechnung dann bekomme.